Warum sehen Canons neue Objektive so merkwürdig aus? Und wann kommt jetzt endlich mal die neue Nikon Z6 III? Die Antworten auf alle wichtigen Lebensfragen gibt es in der neuesten Ausgabe von Fotografics News. Und damit herzlich willkommen zum wöchentlichen Roundup der wichtigsten Kamera- und Objektiv-News der Woche. Mein Name ist Benjamin Lux und ihr seid inzwischen schon über 800 Abonnenten. Ich freue mich echt, dass jede Woche neue Abos dazukommen und an dieser Stelle weise ich nochmal auf mein Kuchenversprechen bei 1000 Abos hin. Also falls ihr es noch nicht getan habt, klickt unten einmal auf Abonnieren und aktiviert dann auch die Glocke für die praktischen Benachrichtigungen. Zwischen dem 21. und 22. Juni solltet ihr dann zudem auch mal auf dem YouTube-Kanal von Fotokoch vorbeischauen. Denn bei unserem Sponsor und eurem Partner für Fotografie und Videografie finden dann nämlich die Fototage statt. Und vor Ort im Geschäft in Düsseldorf gibt es echt spannende Live-Shootings und Workshops, die ihr dann auch kostenlos auf YouTube schauen könnt. Zum Beispiel der Workshop Authentische Portraits ohne professionelles Model am Freitag um 16 Uhr von David Klammer oder die Kunst des Regelbruchs am Samstag um 13 Uhr von Fabian Grell. Bei Interesse könnt ihr komplett kostenlos auf dem YouTube-Kanal von Fotokoch mit dabei sein. Unter www.fotokoch.de sowie über den Link in unseren Shownotes findet ihr dann alle weiteren Termine und Infos zu Sonderangeboten und mehr. Starten wir mit der ersten News. Nikon wird am 17. Juni endlich die neue Z6 III vorstellen. Und zwar gibt es diesmal keine Vermutungen oder Spekulationen unsererseits, denn Nikon selbst hat den Schriftzug Z6 III sowie einige Hashtags zur neuen Kamera selbst gepostet. Dazu gibt es auch einen neuen Trailer, den ihr auf YouTube jetzt bestaunen könnt. Und in dem finden wir einige Hinweise auf Features und Eigenschaften der Kamera in Form von Zitaten. Im ersten heißt es, ich konnte schon aufnehmen, bevor ich den Auslöser gedrückt habe. Das ist ein echter Game Changer. Und das ist ziemlich sicher ein Hinweis auf eine Pre-Capture-Funktion in der neuen Kamera. Heißt, die Kamera kann Fotos auch schon vor Betätigung des Auslösers speichern. Beim zweiten Zitat vermuten wir von Fotografics einen Hinweis auf einen neuen elektronischen Sucher. Denn es heißt, wenn ich in einer Situation mit Licht viel besser sehen kann, dann kann ich auch besser gestalten. Könnte also auch ein besseres Display oder eines mit Klapp-Schwenk-Funktion sein. Hier müssen wir noch ein bisschen abwarten. Im dritten Zitat heißt es, die ganzen schönen Farben in so einer kleinen Kamera sind etwas wirklich Aufregendes. Hier ist Nikon also ein bisschen mysteriöser. Aufnahmen im High-Format, das ja mit 10-Bit eine höhere Farbtiefe als JPEG bietet, gab es schon in der Z6 II. Vielleicht gibt es also mehr kreative Looks in der Kamera, so wie Panasonic sie mit den Active LUTs anbietet. Also am 17. Juni wissen wir mehr. Falls ihr nächste Woche richtig viel zu tun habt, könnt ihr aber auch einfach die nächste Ausgabe von Fotografics News am Freitag abwarten. Mit der Pentax 17 sehen wir nächste Woche voraussichtlich eine neue Analog-Kamera. Rico, zu denen Pentax ja gehört, kündigte für den 18. Juni ein Update-Video zur Filmkamera-Entwicklung auf dem eigenen YouTube-Kanal an. Gelegte Fotos zeigen die Pentax 17 bereits und lassen vermuten, dass es sich um eine analoge Kompaktkamera handeln wird. Dort sehen wir einen mittig angebrachten Sucher über einem Objektiv, das fest verbaut zu sein scheint. Eine HD-Pentax-Lenz soll dabei eine Brennweite von 25mm bieten und mit einer Blende von f3.5 aufwarten. Die Entwicklung der Kamera soll sich laut Rico verzögert haben, der die Kompaktkamera einen mechanischen Handaufzug bekommen soll. So sieht das dann aus. Dazu heißt es, wir wollen, dass junge Fotografen die Freude und Befriedigung erleben, die das Aufziehen des Filmes mit sich bringt. Finde ich ein valides Argument. Tatsächlich fühlt sich das Filmaufziehen ein bisschen mehr nach Analogfotografie an. Obwohl das alles wirklich nett klingt, frage ich mich persönlich aber wirklich nach dem Mehrwert einer solchen Kamera. Denn die Pentax 17 sieht ja schließlich aus wie eine alte Analogkamera, bietet dieselben Features und scheinen dann auch bei der optischen Qualität keine allzu größten Sprünge zu machen. Auch wenn der Analogboom der letzten Jahre die Preise hochgetrieben hat, gibt es noch immer wirklich sehr gute und günstige Analogkameras auf dem Gebrauchtmarkt. Warum also neu kaufen, höchstwahrscheinlich mehr ausgeben und dann auch noch wieder neuen Elektroschrott produzieren? Wie seht ihr das? Seht ihr in der Pentax 17 eine Marktlücke? Dann schreibt mir das in die Kommentare. Falls nicht, dann natürlich auch. Apropos Marktlücken. Canon hat zwei neue Virtual Reality Objektive für APS-C Kameras angekündigt. Parallel zu Apples Entwicklerkonferenz WWDC, auf der der Hersteller unter anderem ankündigte, dass die Apple Vision Pro jetzt auch nach Deutschland kommt, stellte Canon zwei neue Objektive mit jeweils zwei Linsen vor. Beide werden aber erstmal nur mit der EOS R7 kompatibel sein. Das RFS 3,9mm f3.5 STM Dual Fisheye kann dabei einen Bildwinkel von 144 Grad aufzeichnen und nimmt mit seinen zwei Linsen dann eben zwei unterschiedliche Perspektiven auf. Schaut man sich die Fotos und Videos dann mit einem kompatiblen Headset an, dann nimmt man eben einen 3D-Tiefeneindruck wahr. Eine Besonderheit des Objektivs ist noch, dass es einen Autofokus gibt. Darüber hinaus ist das erste Nicht-L-Objektiv von Canon, das eine ASC-Vergütung zur Reduzierung von Streulicht und Geisterbildern besitzt. Das treibt den Preis leider ein wenig nach oben. Wer 3D-Aufnahmen mit seiner Canon APS-C Kamera aufnehmen will, der muss zum Marktstart im Juli 1299 Euro einplanen. Oder auf einen geringen Preis des RFS 7,8mm f4 STM Dual hoffen. Das zweite VR-Objektiv soll Ende 2024 auf den Markt kommen und die Aufnahme von Spatial-Videos für die Apple Vision Pro erlauben. Auch dieses Objektiv soll einen Autofokus besitzen. Noch eine kurze spannende Marktinfo, zumindest finde ich die spannend. Dem VR-Markt wird bis zum Jahr 2025 ein Wachstum auf mehr als 22 Milliarden US-Dollar vorhergesagt. Im Jahr 2022 waren das noch weniger als 12 Milliarden US-Dollar. Könnte also sein, dass Canon hier aufs richtige VR gesetzt hat. Adobe will die Nutzungsbedingungen seiner Software noch einmal überarbeiten. Falls ihr Lightroom, Photoshop und Co. nutzt, dann ist das insofern eine gute Nachricht, als dass es in den letzten Nutzungsbedingungen einige kritische Stellen gab. In den englischen AGB hieß es dabei, Das klingt also so, als würde Adobe die eigentlich vertraulichen Nutzerdaten in der Cloud sowie maschinell als auch händisch sichten. Mit dieser Klausel, so Adobe weiterhin, wollte man die Moderationsprozesse im Kampf gegen illegale Inhalte verbessern. Viele Nutzer kritisierten die entsprechenden Passagen aber, da wohl niemand möchte, dass fremde Adobe-Mitarbeiter durch die eigenen Fotos schauen. Und Adobe reagiert jetzt eben, bis zum 18. Juni will man die entsprechenden Passagen ändern. Und, das ist jetzt wieder ein Zitat, über die Sprache nachdenken, die wir in unseren Bedingungen verwenden. Und auch über die Möglichkeiten nachdenken, die Adobe hat, um klarer zu sein, auf die von der Gemeinschaft geäußerten Bedenken einzugehen. In einem Blog-Eintrag versichert Adobe dann noch einmal, dass man niemals generative Inhalte mit Kundeninhalten trainiert habe und auch niemals das Eigentum der Kunden an ihren Werken angetastet hat. Weiterhin betont man, dass die Kunden immer Eigentümer ihrer Inhalte bleiben und jeder und jede die Möglichkeit hat, nicht am Programm für Produktverbesserung teilzunehmen. Okay, zur Auflockerung nach dieser etwas komplizierten News gibt es jetzt noch einen Schwenk aus den Leica Camera Auctions. Die Versteigerung im Filmsitz Wetzlar sorgt ja jedes Jahr wieder für Haare rauchen, da Sammlerstücke für Millionenbeträge über die Ladentheke gehen. Und so ist es auch dieses Jahr. Denn eine schwarze Leica MP2 ging nämlich jetzt für 1,56 Millionen Euro an einen glücklichen und jetzt etwas ärmeren Sammler und ist somit für das Doppelte des geschätzten Wertes versteigert worden. Zugegeben ist das besagte Modell aber auch wirklich selten. Denn es handelt sich um eine professionelle Variante, der Leica M2, von der im Jahr 1958 nur 27 Exemplare produziert wurden und dank eines speziellen Motorantriebs kann die Kamera stolze 3,5 Bilder pro Sekunde aufnehmen. In schwarzer Lackierung gab es nur sechs Modelle. Zeit also für mich, nach den anderen fünf zu suchen. Ihr merkt, ich muss los. Nein, scherz natürlich, ich beende damit die Folge trotzdem von Fotografics News. Vielen Dank, dass ihr mir wieder mit dabei wart und mir wieder zugehört habt. Nächste Woche geht es dann um die Nikon Z6 III und vielleicht auch um die neue Pentax Analogkamera. Ich freue mich drauf, lasst es euch gut gehen. Am Wochenende und auf Wiederhören.